Wir sind wieder da, es ist wieder Montag. Es treffen sich da schon wieder ein paar Leute. Obwohl manche fragen würden, warum, oder seid ihr verrückt, warum macht ihr das? Ich finde es trotzdem gut. Wir sind heute wieder völlig ohne Programm. Es gibt nur ein paar Fixpunkte, möchte ich ganz kurz sagen. Um 19 Uhr, ganz spannend, haben wir eine Live-Schaltung in die Ukraine. Und zwar wird da eine Reporterin sprechen. Wir sprechen, ca. 20 Minuten oder 15 Minuten, über die Vorkommnisse in der Ukraine, die sie selber miterlebt hat und wie die aktuelle Situation ganz einfach ist. Ansonsten? Ja, wir sollten ankündigen, was der Fähler da hinten macht. Genau, da hinten ist ein großes Transparent, oben, ganz oben auf den Stufen, liegt so ein Transparent. Ich glaube, da kann, wie ist das geplant? Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, genau. Und der Dern, wo ist der Dern? Ah, da ist er. Der hat den Mund voll. Der hat den Mund voll, aber wird gleich erklären, was da passiert. Ja. Also das ist ein Plakat. Das ist eine Technik, wo man eine Idee eigentlich in Wort und Bildsprache einfach erklären kann. Es gibt verschiedene Verästernungen, die kann man dort immer hinzufügen, erweitern, mit Stichwörtern. Zum Beispiel, ich habe dort jetzt einmal angefangen, habe in der Mitte hingeschrieben, Frieden. Frieden, insofern für wen das was bedeutet und was er glaubt. Ich bin doch auch 동. Ich bin doch gar nicht in der Mitte. Und ich bin ja nur da, natürliche 기革, wo ich mich nicht in der Mitte ist. Und dann ist er im Rahmen aus dem, ich meine Vor- undfeierende, aber ich habe das sommerst. Aber ich bin tak, dass es nicht so vieles, dass er aus an der Mitte ist. Und ich bin ja schon, da bin ja auch bei mir die Zeit in der Mitte. Und ich bin ja auch bei mir am besten. Und ich bin ja auch bei mir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.